sachen auf youtube hochladen auf meinen kanal hier auf prime offiziell sehr viel liebe raus an laiko die unterstützt mich da perfekt und ist auch hier die moderation auf jeden fall wir haben auf jeden fall noch ein paar sachen wo wir ab frühstücken können ich würde auch gerne mal was von einem kollegen abchecken hier der hat bei dem nr auch sehr viel gemacht mal gucken ob ihr den auch so nice findet wie ich auf jeden fall bubbles mit 96 mixtape 96 ok wollen wir das mal abchecken wir beschreiben den fünften august 1996 wir befinden alle ganz ganz langsam jetzt immer heller wird und immer heller und immer heller und ja geile hook geile hook erinnert mich auch voll an den 90er vibe so ne hier so hallo könnt ihr mich hören und so ne das mega nice das ist auch bestimmt ein sehr sehr guter live rocker ne aber wenn man den live auf der bühne präsentiert der kommt bestimmt sehr sehr gut an ich mag diese beats die kommen mir so ein bisschen in die richtung snecker und pillert noch damals ja man sowas feiere ich auf jeden fall das ist sehr sehr nice also die hook die catch mich schon mal ja geil keine dankbarkeit und was das für ein live mega nice mega nice auch die reime qualität hier ist auf jeden fall am start und ja sowas sowas kann man sich auf jeden fall mal wieder gerne gönnen auch diese alte zeiten ne isa beat halt wie bei snecker und pillert damals so mega nice ist genau so das was ich auch richtig schön feier so in diese richtung ja die oldschool vibes sind auf jeden fall am start und die baggies müsste man jetzt eigentlich auspacken damit man in die zeit wieder zurückreist finde ich gut finde ich gut auch hier checkt auf jeden fall mal hier das tape ne ich denke mal das ist hier das komplette mixtape hört sich bis jetzt sehr sehr nice an also die hook gefällt mir die reime qualität ist am start stimme ist gut atmosphäre halt ne vom beat her und so kommt richtig gut in die alte zeit ja man das ist doch schöner oldschool rap die kapieren uns letztlich wenn man geld kriegt beschweren uns wenn er zu schnell wieder weg ist ich gebe kein fuck für papier und münze seit 690 kapiert und glücklich ich bin auch groß geworden ohne geld es gab andere dinge was meinem vater seinem sohn gefällt ich lebe zufrieden in das was ich vom tag bekomm denn immerhin bin ich vor allen anderen angekommen hallo auch voll geil hab mich äußerlich verändert also immer bis zum kindergarten doch ich hab mich äußerlich verändert denn immer waren wir also das ist auch mal nice dass man noch mal in die nächste zeile noch mal die zeile halt noch mal den endrein in die nächste zeile mit einleitet so das ist auch manchmal richtig nice also wenn das halt nicht gezweckt ist sondern halt auch richtig gut gut verpackt ist ne und da hört man das auf jeden fall gut raus weil es nicht schön ist diese ödnis ja auch geil also vom skill level auch ziemlich ziemlich nice und ja hat mich auf jeden fall schon gut erreicht hier auch allein schon vom beat und so bin ich schon positiv davon angezeigt und ich finde halt auch hier dass er die stimme wieder ein bisschen wieder ins normale wechselt also jetzt ein bisschen vom druck ein bisschen runter geht und einfach ganz normal dann rappt finde ich cool auf jeden fall so als bridge kann man sagen sowieso eine kleine bridge und dann glaube ich kommt dann direkt die hook nice ja geil und was mir noch die zukunft bietet ist meine zukunft meine zuflucht liebe zukunft bietet zuflucht liebe sehr sehr gute reimequalität hier ja man checkt das mixtape auf jeden fall hier ab hier bubbles 96 mixtape wenn die anderen tracks genauso geil sind dann ist es auf jeden fall ein rundes paket würde ich sagen ne ja gefällt mir sehr gut gefällt mir sehr gut ist halt der vibe der mir sehr zusagt ne vom oldschool feeling her ja mann für die oldschool hats ist es genau das richtige mann und fühlt sich einfach wieder wohl in die zeit zurück versetzt machen wir erstmal hier einen schönen like ne und natürlich abonniert den dude ne abonniert alle die auf die ich reagte ähm und gibt auch liebe ähm und gibt auch liebe ja mann geiles ding hat mir sehr gut gefallen und dann kommt mir nicht mit ich hab kein twitter äh twitter ich hab hier kein twitch ne dann mach dir einen twitch account so kostenlos mensch Ha, 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 ha.